Ja, danke für die Möglichkeit, über FBG etwas zu sagen. FBG ist eine Genossenschaft, Firmen fördern nach biblischen Grundsätzen. Und wir haben eine sehr kleine Zielgruppe, nämlich gläubige Christen, denen es wichtig ist, dass christliche Werte in der Wirtschaft multipliziert werden und die offen sind für, in Anführungsstrichen, den Verwalterschaftsgedanken. Was ist mit Verwalterschaftsgedanken gemeint? Wir Christen glauben ja, dass Jesus für uns gestorben ist. Und wenn Jesus für uns gestorben ist, genau genommen gehört dann unser Leben nicht mehr uns selbst, sondern dem, der für uns gestorben ist. Und wer diesen Erkenntnisstand hat, dass alles, was wir sind und haben, von Gott ist, der kommt dann an den Punkt zu sagen, okay, und ich habe das mal persönlich gemacht in einem Gebet im Wald, wo ich dann alles Gott übergeben habe. Dass alles, was ich habe, Gott gehört und ich will ein guter Verwalter dessen sein, was er mir anvertraut. Sei es eben jetzt die Firma, sei es Zeit, sei es Beziehungen, Netzwerke, sei es Geld, Gaben und so weiter. Und wir versuchen Menschen und Unternehmer bei FBG zu ermutigen, auch zum Beispiel bestehende Unternehmen zu transformieren hin zu einer Firma nach biblischen Grundsätzen. Und wenn man im persönlichen Gespräch mit gläubigen Unternehmern ist, gibt es dafür eine ganz große Offenheit, aber gleichzeitig eine relativ große Fantasielosigkeit, dass die Leute sagen, okay, also wenn ich offen bin, was muss ich denn machen, welche Schritte kann ich denn gehen, um Schritte in diese Richtung zu gehen. Und da helfen wir als FBG einfach ganz konkret und begleiten auch Unternehmer auf dem Weg, dass sie mit kleinen Schritten ihre Firma hin zu einer Firma nach biblischen Grundsätzen transformieren. Und man könnte vielleicht noch auf ein paar Kriterien eingehen. Was ist denn eine Firma nach biblischen Grundsätzen? Und wir haben mal mit dem Earl Pitts, das ist so ein Vordenker in diesem Bereich, einen Workshop gemacht und haben dann folgende Kriterien als Mitempfehlungscharakter, das ist kein Gesetz, entwickelt. Das erste ist die Motivation des Unternehmers, will ich in erster Linie reich werden oder ist es meine Motivation in erster Linie zum Tragen zu bringen, was Gottes guter Plan für mein Leben ist und mitzuhelfen, dass Gottes reich wächst. Also die Motivation. Das zweite ist, dass idealerweise kein Gesellschafter in der Firma eine Mehrheit hat. Das heißt also, keiner hat mehr als 50 Prozent, damit nicht der Faktor Macht seinen Haken reinbekommt. Das dritte ist, dass die Firma einen Beirat hat, wo in der Regel den Empfehlungen des Beirats gefolgt wird. Denn sonst sagt der Beirat nach Zeit, warum, wenn der beratungsresistent ist und sowieso macht, was er will, warum soll ich hier meine Zeit und Ressourcen reingeben. Also Beirat, erfahrener, idealerweise gläubiger, erfolgreicher Unternehmer. Das vierte ist Bankenunabhängigkeit, dass man möglichst kein Fremdkapital von mehr als 45 Prozent, maximal 50 Prozent im Unternehmen hat, um nicht eben von Banken abhängig zu werden. Und das fünfte ist die Gewinnverteilung, dass wir möglichst 50 Prozent nicht an Gesellschafter vom Gewinn ausschütten, sondern in die Weiterentwicklung des Unternehmens investieren und oder verspenden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.